Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,3 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, die D-Long GE Cam 23.426.SB und D-Long GE Cam 23.420.SB sind baugleich. Eine Maschine wird hier auf Amazon für ca. 400 Euro angeboten und die andere fürs je 640 Euro mit 200 Euro Cashback-Aktion von D-Long und wie die man nach 30 Tagen direkt auf das Amazon-Konto gut geschrieben bekommt. Die D-Long GE Cam 23.426.SB wird auf der D-Long GE-Webseite außerdem gar nicht aufgeführt. Nach Anfrage bei D-Long GE was der Unterschied beider Maschinen sei, kam folgende Antwort. Sehr geehrter Herr W., wir danken Ihnen für Ihre E-Mail und Ihrem Interesse an unseren Produkten. Der einzige Unterschied ist der Vertriebsweck der beiden Geräte. Mit freundlichen Grüßen Ihr D-Long GE Team, das heißt der Kunde soll ein gutes Gefühl bekommen, dass er 200 Euro gespart hat, obwohl er am Ende nach aktuellem Preis von 647 Euro und 13 Cent auf Amazon nach Abzug der 200 Euro Cashback 47 Euro mehr ausgegeben hat. Ich weiß nicht was das soll und warum D-Long GE so etwas nötig hat. Die Cashback-Aktion ist nicht nur auf Amazon. Auch Saturn etc. werben damit. Die Maschine ist ansonsten absolut genial. Hatte vorher 8 Jahre lang die Magnifica E-CAM 3000 und nie Probleme. Sie wurde zum Ende nur unerträglich laut. Deshalb fiel die Wahl auch wieder auf D-Long GE. Die E-CAM 23.420.SB ist natürlich wesentlich kompakter und viel leiser. Auch das Aufhetzen geht sehr schnell und der Kaffee schmeckt nochmal besser. Das Menü mit Klartext-Display ist absolut selbsterklärend und einfach. Man hat viele Einstellmöglichkeiten bis hin zur Temperatur des Kaffees. Und mein Kaffee wo man die Wassermenge selbst einstellen kann. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Danke für das Anschauen.